Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Während anderswo Trainer entlassen werden, passiert bei Hertha BSC nicht mehr ganz so viel. Trotzdem hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Bördling und meinem Kollegen Nedes Heidemann. Hallo Nedes. Hallo Inga, hallo an alle draußen. Aufregender Fußballnachmittag in Berlin, was man ja über Herthas Spiel am Sonntag nicht so richtig behaupten kann. 2 zu 4 bei der SV Elbersberg. Ein absoluter Fußball-Leckerbissen war das nicht. Deshalb wollen wir uns auch gar nicht so lange damit aufhalten. Es war ein Spiel, das in jedem Jahresrückblick fehlen darf. Vier Gegentore passt aber allerdings zu unserem Thema heute. Denn wir haben uns überlegt, dass wir die letzten drei Spiele nutzen, um schon mal so langsam aber sicher Richtung Saisonrückblick zu segeln. Und starten damit heute mit der Defensive. Und ja, wir haben es folgendermaßen gelöst. Wir haben uns Gewinner und Verlierer herausgesucht. Allerdings weiß ich nicht, welche Gewinner und Verlierer Nedes in dieser Saison ausgemacht hat. Und Nedes weiß nicht, welche Gewinner und Verlierer ich ausgemacht habe. Das heißt, Handgemenge und Diskussionen höheren Grades sind nicht ausgeschlossen. Mach dich auf was gefasst, Inga, wirklich. Nedes hat sich schon aufgepumpt hier. Ja, und wenn das nicht zur Handgemenge reicht, dann können wir am Ende noch über die dritte Liga sprechen. Um Gottes Willen, dann wird es schmutzig hier. Dann fliegen die Fetzen. Aber lass uns erst mal bei Hertha bleiben. Ich glaube, das ist besser zu übergeben. Gute Idee. Ja, ich habe hier meinen Zettel extra schon eingeklappt, damit Nedes nicht lesen kann, welchen Namen auf meinem... Ich habe mit meiner hässlichen Handschrift geschrieben, die Inga sowieso nicht entziffern kann. Auch wieder wahr. Bevor wir uns zu unseren Gewinnern und Verlierern kommen, gucken wir erst mal noch kurz auf die Fakten. 56 Gegentore hat Hertha in dieser Saison bislang kassiert und gehört damit zu den sechs schlechtesten Teams der Liga. Wenn man aufsteigen will, 56 Gegentore und wir sind noch nicht mal am Ende der Saison. Das ist schon eine Hausnummer. Neun Gegentore sind per Kopfball gefallen, vier per Elfmeter und nur vier in der Nachspielzeit. Und das ist ein Fakt, der mich wahnsinnig überrascht hat. Nur vier Tore in der Nachspielzeit. Das ist erstaunlich. Wir haben neulich doch nochmal darüber gesprochen, dass wir gesagt haben... Wir haben darüber gesprochen, es war auch vieles so in den letzten zehn Minuten. Nicht nur die Nachspielzeit ist eher so das Bayer Leverkusen-Thema. Es war eher so ein großes ganzes Schlussphasengefühl bei Hertha. Aber dass es nur vier Tore sind, ist tatsächlich überraschend. Die meisten Gegentore sind zwischen der 46. und 60. Minute gefallen. Da habe ich mich natürlich gefragt, was passiert eigentlich bei Hertha BSC in der Kabine? Auch eine der ganz großen Geschichten in dieser Saison. Hertha und die Halbzeitmeisterschaft, dass das so häufig passiert ist, dass es dann im zweiten Durchgang den Bach runtergegangen ist. Das ist ein Thema. Das Spiel dauert 90 Minuten, alte Fußball-Weisheit. Und kling, kling, zwei Euro ins Frasenschwein. Genau. Ja, aber ich finde es vor allem spannend, dass es wirklich diese Viertelstunde nach Wiederanpfiff ist, in der Hertha sehr, sehr, sehr viele Gegentore kassiert hat. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man entweder sich schon zu sicher ist, dass es läuft oder dass man in der Kabine ein bisschen den Spirit verliert, ein bisschen den Drive verliert. Vielleicht müsste man sich nochmal darüber unterhalten, wer da so die Halbzeitansprachen hält. Ja, so wie ich Pal Dada kenne, würde ich ihn eher als jemand einschätzen, der eher mal zu lauteren Ansprachen greift und auch sich nicht davor scheut, in der Halbzeit mal ein bisschen lauter zu werden und auf den Putz zu hauen. Ja, das Problem muss irgendwie tiefergehend sein. Vielleicht müsste man mal ein paar Energydrinks auf den Counter in der Kabine stellen. Möglicherweise. Es war jedenfalls eine spannende Zahl. Sieben Spiele in dieser Saison mit mindestens drei Gegentoren. Dieses 2 zu 4 in Elversberg reihte sich dann nahtlos ein. 17 Spiele mit mindestens zwei Gegentoren und 27 von den bislang 32 Spielen mit mindestens einem Gegentor. Das heißt nur fünf Spiele ohne Gegentor. Ja, und vor allem vier Gegentore jetzt bei aller Liebe gegen Elversberg. Bei aller Liebe. Wenn du jetzt mal gehen, HSV oder meinetwegen St. Pauli, weiß ja nicht, irgendwelche Teams von oben, vier Tore kriegst, das kann ja passieren. Aber so diese Spiele gegen diese Mittelfeldmannschaften, das ist eine der ältesten Regeln, seit es die zweite Liga gibt, da musst du stabil sein. Und da hat Hertha unheimlich viel liegen lassen dieses Jahr. Auch gestern wieder, es gab viele Strafraumszenen, die aber irgendwie so ein bisschen schwach ausgespielt waren. Das war von vorne bis hinten wirklich, wirklich nichts. Aber wir wollten uns da nicht so lange mit aufhalten, denn es gibt tatsächlich Dinge, über die es spannender. Seien wir zu reden. Und damit kommt jetzt so dieser Übergang zu dem, was jetzt zu unseren Gewinnern und Verlierern. Und zwar gab es acht Tore in dieser Saison von Abwehrspielern. Kannst du sagen, wer diese Spieler waren? Ich weiß von letzter Woche, als wir im Olympiastadion saßen gegen Hannover noch, dass Marc Kempf, glaube ich, vier geschossen hat. Exakt. Auch ein Doppelpack war dabei. Richtig, die Hälfte schon mal. Der alte Goalgetter, ja. Das Kopfball ungeheuer. Ja, Jonjo Kenny, habe ich, kleiner Spoiler, auch auf meinem Zettel stehen, war aber ein Tor im Pokal gegen den HSV. Da war in der Liga auch eins dabei. Ja, drei sogar. Drei, drei Tore Jonjo Kenny. Ja, guck mal, dann fehlt ja nur noch eins. Ja. Toni Leissner auch mal einen reingeschält. Glob. Ne? Linus Gechter war es. Linus Gechter. Ja, guck an. Genau, das sind die drei Abwehrspieler, die acht Tore geschossen haben. Und dann lass uns mal zu den Gewinnern übergehen. Soll ich mal anfangen mit meinem ersten? Ja, schieß los. Wir haben ihn gerade schon genannt. Es ist Jonjo Kenny. Ich habe tatsächlich übrigens auch nur einen Gewinner ausgemacht. Ich habe zwei. Oh, spannend. Jonjo Kenny ist einer davon. So viel kann man schon mal sagen. Ja, dann kann ich dich jetzt mal ein bisschen mit Fakten bombardieren hier. Jonjo Kenny hat nämlich die meisten gewonnenen Zweikämpfe der Mannschaft. Er hat den meisten Ballbesitz. Es gab da eine gespanne Statistik, die über 1700 Ballberührungen in dieser Saison ausgemacht hat. Und damit sogar mehr als Fabian Riese. Das ist erstaunlich. Und er hat die zweitmeisten Flanken geschlagen. Und zwar 121. Diese Zahlen beziehen sich alle auf die Liga, nicht auf den Pokal. Aber gut, wer die meisten Flanken geschlagen hat, wissen wir alle. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ist eine andere Spielabteilung, über die wir noch in den nächsten Wochen reden werden. Aber auch das fand ich spannend. 121 Flanken. Und was ich besonders spannend finde. ist, dass er sich halt wahnsinnig krass vom Abstiegs, nicht vom Abstiegs, sondern von Abgangskandidaten zum Leader entwickelt hat. Genau, das ist der Punkt. Den habe ich auch aufgeschrieben. John Joe Kenny ist inzwischen absolutes Mentalitätsmonster bei Hertha geworden. Der da immer rumflügt, rumgrätscht mit seinen heruntergerollten Stutzen. Und ich kann mir irgendwie keine Hertha BSC mehr ohne John Joe Kenny vorstellen, muss ich sagen. Der gehört echt dazu und ist ein richtiger Führungsspieler geworden. Und John Joe Kenny konnte sich sein Leben bei Hertha BSC nicht mehr vorstellen im Sommer. Er wollte wirklich massiv weg, hat massiv an einem Abstieg gearbeitet und es hat einfach nicht geklappt. Und im Nachhinein muss man echt sagen, zum Glück, weil man hat es auch in der Hertha-Doku gesehen, dass der wirklich einer ist, der auch in der Kabine mal den Mund aufreißt und auch mit seinem wunderbaren Scouse-Akzent da ordentlich auf die Kacke haut und wirklich auch versucht, seine Mitspieler zu wecken. Und ich weiß nicht, wie oft er in diesen Dokus das Wort Focking gesagt hat. Focking. Focking. Aber es ist halt echt spannend, diese Wandlung auch zu beobachten, weil da wirklich jemand ist, der dann nach schwierigen Monaten und nach einem schwierigen Jahr seinen Platz in der Mannschaft gefunden hat. Er ist gesetzt auf der rechten Außenverteidigerposition und hat da auch nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz gehabt im Endeffekt. Deo Seefug, über den haben wir schon sehr häufig gesprochen, der ist einfach sehr universell unterwegs und Peter Pekarik, der ist eigentlich auch eher dabei, weil er sagt, er möchte noch nicht seine Karriere beenden, aber so richtig für eine Stammelf reicht es eben auch nicht mehr. Das heißt, er hatte wenig Konkurrenz, aber trotzdem eine Leistung, die darauf nicht zurückschließen lässt. Genau. Also total. Er hat es eigentlich so gespielt jede Woche, als ob ihm harte Konkurrenz im Nacken sitzt bei Hertha. Pal Dada redet ja so oft über Mentalität, über Körpersprache, über all diese Faktoren und das hat John Joe Kenny personifiziert wie kaum ein Zweiter auf dem Platz. Und dieses gesamte Gefühl, was man irgendwie hat mit ihm auf dem Platz, hey, das ist ein Kampfschwein, der sich für uns zerreißt. Das ist etwas, wo, glaube ich, Hertha BSC ganz extrem darauf gefußt hat in diesem Jahr. Und ich habe es eben schon angedeutet, ich habe es mir natürlich auch nochmal reingeschrieben, im Zweifel geht er dann auch nach vorne und grätscht da den Ball über die Linie gegen den HSV in der Verlängerung in diesem aberwitzigen Spiel. Das kommt natürlich auch nochmal dazu. Klar ist er ein Verteidiger, ist nicht sein Kerngeschäft, aber wenn man solche Akzente mit einbringen kann, dann ist das eine super Geschichte. Er ist oft mit Akzenten in der Offensive unterwegs und ich finde, das ist vor allem aufgefallen, immer dann, wenn Fabian Reze auf der rechten Seite gespielt hat, dass er diese Akzente auch wirklich qualitativ hochwertig setzen kann. Er ist tatsächlich auch einer, das habe ich in den ganzen Statistiken, die ich gewälzt habe auch gesehen, der tatsächlich auch sehr wenig Bälle verliert und viele Dribblings auch unterbindet, auch mit Grätschen und trotzdem nicht so wahnsinnig viele gelbe Karten oder gar rote Karten verursacht hat. Von daher auch einfach ein sehr schlauer Spieler. Genau, total. Also ich weiß nicht, John Joe Kenny, wie lange er sich noch vorstellt, in Berlin zu bleiben. Nach dieser Saison vielleicht länger als letzten Sommer. Ja genau, ich glaube, er kann irgendwie eine ganz wichtige Säule werden und dieses englische oder schottische, diese Mentalität, dieses Aufreibende, das hilft wirklich weiter. Genau, seine drei Tore waren auch teilweise echte Kracher von der Strafraumkante, da wirklich so reingepfeffert, auch sehr schön anzusehen. Und ich glaube auch, wenn du nächste Saison den Aufstieg angreifen möchtest, dann brauchst du solche Spieler wie John Joe Kenny, die jetzt auch die zweite Liga schon mal mitgemacht haben, die wissen, worauf es ankommt und die sich auch einfach wohl in ihrer Umgebung fühlen. Und ich glaube deshalb, nicht umsonst haben wir ihn beide als Gewinner ausgemacht. Genau, es ist sich auch einfach nicht so schade, auch mal an so einem Sonntag in Elbersberg irgendwie ein paar Meter abzureißen, auch wenn es dann gestern nicht so gut gelaufen ist, aber so von der Mentalität her, vom Auftreten, wie du sagtest, braucht man so einen einfach in der zweiten Liga. Tja, dann hau mal deinen zweiten Gewinner raus. Ich habe noch als zweiten Gewinner Toni Leisner aufgegeben. Großes Gelächter bei der Kollegin Bödeling, aber Kapitän, Anführer, Paprika, Papa Bär. Der Papa Bär. Klar hat er defensive Defizite, klar saß er zuletzt lange auf der Bank, aber viel wichtiger die Rolle, die er neben dem Platz einnimmt, die Rolle, die er in der Kabine einnimmt. Er führt die Mannschaft, er führt die jungen Verteidiger, hat uns Paul Darder ausführlich erklärt und er ist eben für alle da und führt dieses junge Konstrukt des Berliner Wegs so gut voran. Und das ist wichtig, dass es sowas gibt in der Kabine. So eine Kabine ist ein ganz wichtiger Faktor, dass es darin sozial stimmt und er hat, natürlich hat ihm das nicht gefallen, als er auf die Bank versetzt wurde im Laufe der Rückrunde, aber er hat diese Rolle angenommen auch. Er hat nicht auf beleidigte Leberwurst gespielt, sondern hat sich im Training reingehauen, hat den jungen Spielern mit guten Tipps zur Seite gestanden und sowas braucht man einfach in so einer Mannschaft, sowas braucht Hertha BSC. Und vor allem, wenn man sich die Entwicklung anguckt, auf die ganze Saison gesehen, schau dir mal an, wo Toni Leistner herkommt. Am Anfang hingen verpisst sich Plakate am Trainingsplatz und er hat sich sofort bei den Fans einen Namen gemacht, hat sich reingehauen, hat im Ligaspiel gegen den HSV sogar die Nase hingehalten, wo es auch wieder in der Hertha-Doku diese unglaubliche Szene gab. Aber das zeigt einfach schön, der Mann hat sich zerrissen für Hertha BSC, wurde dann schnell zum Kapitän benannt nach dem Abgang von Marco Richter und gehört deswegen für mich zu einem Gewinner dieser Saison, auch wenn er wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder viel Zeit auf der Bank verbringen wird, kann ich mir vorstellen. Aber wenn er diese Rolle wieder so annimmt wie dieses Jahr, ist er eine wichtige Stütze. Der stechende Blick, mit dem du das alles vorgetragen hast und die Vehemenz, mit der du deine Eloge auf Toni Leistner hier… Selbst ein bisschen Toni Leistner haft vielleicht, oder? Der tritt auch immer mit einem stechenden Blick auf den Platz. Ich traue mich jetzt eigentlich kaum, dir zu widersprechen, aber ich werde es tun, denn Toni Leistner ist bei mir der erste Verlierer der Saison. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar kann man es eben auch genau aus der anderen Perspektive betrachten und sagen, okay, als Kapitän gestartet, er hat einen steilen Aufstieg hingelegt, da würde ich dir auf jeden Fall sofort Recht geben, vom Ex-Unioner zum Abwehrchef und zum Kapitän. Er war dann ja auch bis März immer gesetzt, eigentlich, wenn er nicht gerade gesperrt oder verletzt war, aber dann begann eben diese Achterbahn und das war eben das große Problem in seiner Nicht-Entwicklung, sagen wir mal so, gegen St. Pauli, darüber haben wir ja auch schon sehr häufig gesprochen, zur Halbzeit ausgewechselt, weil Paldada eben nicht gefallen hat, wie er nach vorne verteidigt hat oder dass er eben nicht nach vorne verteidigt hat, sondern ihm war das einfach alles zu viel klein, klein hintenrum und danach saß er fünf Spiele lang auf der Bank bis zum Spiel gegen Hannover und es gab, du hast es auch gesagt, er hat sich im Training reingehauen, Wandlungen auch so ein bisschen zum Ausbilder, aber er hat dann auch ein ernstes Gespräch mit Paldada gesucht und gesagt, hey, gefällt mir halt gar nicht, was ich hier mache. Er hat selbst auch gesagt, finde ich eigentlich gar nicht doll, dass ich immer nur auf der Bank sitze. Ja, aber so soll es auch sein, oder? Genau. Wer ist denn damit zufrieden, dass man auf der Bank sitzt? Ich glaube aber, dass die gesamte Causa um Toni Leisner eine schwierige Außenwirkung und ein schwieriges Signal an die Mannschaft war. Du hast deinen Kapitän quasi, entschuldigt die Wortwahl, enteiert, indem du ihn auf die Bank gesetzt hast, ihn öffentlich auch im Prinzip angezählt hast, um zu sagen, er erfüllt nicht die Erwartungen, die wir haben. Und damit in einer wirklich elementar wichtigen Phase der Saison, und das waren ja diese Spiele nach St. Pauli, den Kapitän auf die Bank zu setzen und zu sagen, okay, dich brauchen wir jetzt gerade nicht, finde ich schwierig. Die Kapitänsrolle, den gebe ich dir, ist ein guter Punkt. Man kann darüber nachdenken, ob man im nächsten Jahr von vornherein Fabian Riese zum Kapitän macht. Wenn er denn da ist. Wenn er denn da ist, davon würde ich jetzt mal ausgehen, aber stell dir nochmal vor, da guck dir an, Toni Leisner ist ja im Laufe der Saison oder nach der Vorbereitung auch erst hineingewachsen in dieses Kapitänsamt. Und es gab kein langes Trainingslager, wo er dazu ausgelotet wurde. Allerdings muss jemand mit seiner Vita nicht in so einen Amt reinwachsen, der übernimmt per se so eine Verantwortung schon. Ja, klar, aber es ist eben nicht innerhalb der Mannschaft aus so einem langen Prozess entwachsen, dass er jetzt diese Kapitänsrolle hat. Aber ich halte die auch, also klar, es ist immer was, wo sich die Öffentlichkeit drauf schützen kann. Ich glaube, dass das in einem Binnenleben der Mannschaft nicht so wichtig ist, wie dass es fünf, sechs klare Führungsspieler gibt. Und Toni Leisner und Fabian Riese haben sicherlich den gleichen Führungsanspruch, wer jetzt davon die Binde trägt, halte ich intern für nicht so entscheidend. In der Außenwirkung, klar, ist das ein Punkt, dass der Kapitän so angezählt wurde. Vielleicht kann man drüber nachdenken, im nächsten Jahr Fabian Riese sofort die Kapitänsbinde zu geben. Und dann Toni Leisner, vielleicht ist er sich dann auch etwas in der Außendarstellung etwas klarer in dieser Rolle, in der er sich dann befindet. Ich möchte die Illusion nicht nehmen, aber ich befürchte, dass das schwierig wird mit der Kapitänsbinde und Fabian Riese nächste Saison. Aber das ist ein anderes Thema. Aber dazu auch noch, der Punkt, du hast gerade gesagt, es braucht so fünf, sechs Spieler, Führungsspieler, die diese Verantwortung übernehmen. Als Oliver Christensen war, glaube ich, nee, Marco Richter war es. Marco Richter. Und Christensen hatte, glaube ich, auch einmal die Kapitänsbinde, fühlt sich auch ewig her an. Als die beiden eben gegangen sind, war aber natürlich auch die Frage, wer soll es jetzt werden? Also du hattest einfach auch gar nicht so große Auswahl. Wenn wir an Führungsspieler denken, dann haben wir Leisner und dann haben wir Riese. Ja, aber dass sich ein Spieler dafür qualifiziert, der vor sechs Wochen noch von den Fans vom Hof gejagt werden sollte, das ist noch eine außergewöhnliche Leistung, oder nicht? Das, keine Frage, aber in einer Mannschaft, in der es vor drei Monaten keinen Führungsspieler gab, jetzt im Juli, August gesehen, als einer hervorzugehen, ist jetzt auch nicht so schwierig. Verstehst du, was ich meine? Stimmt auch, ja. Naja, ich finde halt einfach, dass damit eben auch ein Führungsspieler auf dem Platz fehlte in einer Mannschaft, in der es nicht so wahnsinnig viele davon gibt. Florian Niederlechner hatte eben auch einen Tief, war auch nicht gesetzt, saß auch mehr auf der Bank, somit saßen halt mit Niederlechner und Leisner gleich zwei sehr erfahrene Routiniers auf der Bank, die durchaus auch vorangehen können in schwierigen Situationen und auch in Spielen, wo es hinten spitz auf Knopf steht und deshalb war mein Eindruck eben eher, okay, verliere. Tja, so sind die Meinungen manchmal verschieden, das ist ja das Schöne im Fußball, ich halte ihn für einen Gewinner und ich glaube, dass es trotz allem ein ganz wichtiger Bestandteil des Jahres von Hertha BSC war, auch wenn man natürlich immer sagen muss, was wäre, wenn, es geht natürlich noch mehr und vielleicht wäre es mit einer anderen Rollenverteilung noch besser aufgegangen, aber so wie es gelaufen ist, halte ich ihn für einen Gewinner. Und es ist ja auch nicht schlecht zu sehen, dass eben nicht alles gut und nicht alles schlecht war, das spiegelt ja auch ein bisschen die Saison von Hertha BSC wieder. So sieht es aus, ja. Ja, dann hau mal raus, wen hast du noch so als Verlierer? Mit drei Ausrufezeichen habe ich mir aufgeschrieben, Marius Gersbeck. Na guck, da sind wir uns einig. Gehört natürlich auch zur Defensive, aber auch hier, wenn man wieder die gesamte Saison betrachtet, ist im Sommer gekommen, klar, um Nummer eins zu werden, Berliner Junge und so weiter. Dann den viel besprochenen und ausführlich diskutierten Prügel, klar, im Trainingslager. Aber noch viel mehr, er wurde begnadigt, sage ich es mal. Es gab eine Gerichtsverhandlung, die eben ermöglicht hat, dass er wieder auf dem Platz steht. Alles gut, alles okay. Und dann hatte er ja sogar die Gelegenheit, Tiag Ernst war zwischenzeitlich verletzt, sehr überraschend, kam Gersbeck im Pokalfittelfinale zum Zuge, aber er konnte nicht nachhaltig überzeugen und er konnte nicht Nummer eins werden. Und wenn man nach so einer Aktion sogar dann noch so eine Gelegenheit bekommt, dann muss man die nutzen, dann muss man da besser zur Stelle sein. Das hat er nicht geschafft und deswegen für mich ganz klarer Verlierer. Pokalfittelfinale war ja tatsächlich sogar die freie Wahl von Paul Dardai, der gesagt hat, ich nehme jetzt Gersbeck, weil er sich das jetzt auch verdient hat als zweiter Mann und das machen viele Vereine im Pokal, dass die da den Torwart tauschen. Er hat auch gesagt, er hätte das auch von vornherein gemacht im Pokal, aber die Suspendierung du hast ja angesprochen. Aber danach wurde es ja eben interessant, gegen St. Pauli hatte Tiag Ernst ja das Aufwärmen abgebrochen und gesagt, geht nicht. Und dann eben kam Marius Gersbeck und auch da fand ich, ist er... Da musst du wieder da sein als Nummer zwei. Und das hat er nicht liefern können, muss man so klar sagen. Ich habe auch noch einen anderen Punkt aufgeschrieben zu ihm, was ihn für mich so ein bisschen zum Verlierer der Saison charakterisiert hat. Und zwar hätte er dem Verein gerade am Anfang der Saison viel Tumult und Unruhe ersparen können. Nach diesem Trügeleklat war es nämlich eben so, dass sehr viele Schlagzeilen sich darauf bezogen haben, weil das natürlich auch einfach ein Vorkommnis ist, was für Profivereine eben nicht so alltäglich ist. Und somit war der Fokus nach dem oder zum Saisonstart einfach sehr stark auch auf dieser Causa. Und das zu einer Zeit, in der die Mannschaft noch nicht richtig zusammen war, in der Hertha sich noch in der Findungsphase befand, in der man auch so ein bisschen diesen Abstieg und diese ganzen, ich weiß gar nicht, was für ein Wort ich dafür finden soll, aber diese ganzen schwierigen Monate, auch einfach mit dieser Lizenzsache und Co., da war es einfach nicht leicht, in diese Saison zu starten. Und das haben wir ja auch gesehen. Es waren dann erstmal ein paar Niederlagen und es sah alles nicht so doll aus und diesen Stolperstart, den hätte er natürlich nicht ungeschehen machen können, wenn das in Österreich oder in Selamsee nicht passiert wäre, aber es hat zumindest nicht dazu beigetragen, dass mehr Ruhe rund um den Verein herrscht. Ja genau und das wird ja immer betont, so ein Berliner Jungen, der da wiederkommt und der die Nummer eins werden muss, der gibt mir überhaupt nichts als Berliner Jungen. Also da sind die ganzen Jugendspieler, finde ich, viel, die identifizieren sich viel mehr mit der Marke Hertha BSC, mit dem Klub und auch, ich habe ja Gersbeck im Oktober war es glaube ich auf der Mitgliederversammlung erlebt mit seiner Rede, wo er sich entschuldigt hat, ja es war richtig diese Rede zu halten, auch das, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, das wirkte alles sehr eingeübt, sehr vorgetragen. Klar ist das nicht leicht für ihn in der Situation, aber er hätte irgendwie mehr zeigen können, dass er so ein richtiger Berliner ist, dass er das richtig bereut, was er da gemacht hat und das war alles so ein bisschen dünn irgendwie, genau wie dann die Leistung auf dem Platz in der Rückrunde. Sehr schön zusammengefasst. Ich bin dann schon am Ende mit meinen Verlierern, aber du müsstest noch einen haben. Ich habe noch einen, Michael Karbovnik. Ungespannt. Königstransfer im Sommer, so wie er zumindest angekündigt wurde, zweieinhalb Millionen sind ungefähr so korportiert und dafür war es echt irgendwie zu wenig, also wenn man in der Lage von Hertha einen Spieler für so viel Geld verpflichtet, dann muss das ein Kern der Mannschaft sein, dann muss das ein Schlüsselspieler werden und Michael Karbovnik hat zwischen dem 16. und dem 30. Spieltag jedes Spiel in der Startaufstellung bestritten. Ich finde, mich hat es überrascht, als ich das gesehen habe, ich finde, das kann man übersehen. Nachhaltigen Eindruck hat er nicht hinterlassen. Genau, man übersieht ihn irgendwie so und anders als zum Beispiel John John Kenny auf der anderen Seite, der jedes Spiel voll da ist. Ich reinholt, ja, ob Karbovnik jetzt da ist oder nicht, mein Gott, also er hat sicherlich keine schlechte Saison gespielt als Außenverteidiger, aber eben, was ich meine, für diese Summe verpflichtet zu werden, da musst du eine ganz tragende Rolle dann einnehmen und vor allem ein entscheidender Punkt, warum er ja verpflichtet wurde, ist die Positionsflexibilität. Hertha wollte ihn auch im zentralen Mittelfeld mal bringen, haben sie auch getan am Anfang der Saison hin und wieder, haben aber schnell erkannt, dass das nichts wird und dadurch hat sich dann eben über lange Sicht auch diese Lücke im zentralen Mittelfeld offenbart. Karbovnik hat als Linksverteidiger gespielt, aber war wenig, war dünn und Paul redet immer von Mentalität, von Körpersprache auf dem Platz, habe ich von Karbovnik selten gesehen und all dieses Gesamtpaket ist mir dann irgendwie zu wenig für einen Spieler, der für so eine Summe Geld verpflichtet wird und der ja sogar schon die Liga kannte, also dieses Argument eingewöhnung, Schwierigkeiten, was ja häufig bei ausländischen Spielern gilt, kann man hier auch nicht anwenden, also war mir wirklich zu wenig. Bin ich bei dir, solltet ihr im Hintergrund so leichtes Poltern hören, dann ist das der Tisch, den der Kollege Heidemann hier in Rage redend die ganze Zeit an den anderen Tisch stößt, aber ja, ich bin da bei dir. Ich habe immer noch so ein bisschen den Welpenschutz im Kopf, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum, aber er ist auch nicht der allerälteste Spieler, also jetzt auch nicht der Erfahrene, man erwartet jetzt auch nicht so von ihm, dass er hoppladihopp wie ein Toni Leistner halt funktioniert, weil er eben einfach nicht die Erfahrung von so vielen verschiedenen Vereinen und Wechseln und Co. hat, vielleicht deshalb und weil ich dann immer das Gefühl habe, das ist jemand, der kann sich noch entwickeln. Ja, mit Sicherheit kann er sich noch entwickeln, aber genau das ist der Punkt, ich würde ihm keinen Welpenschutz geben, er kennt die Liga aus Düsseldorf und er war da und all das, was man sich von ihm versprochen hat, ist irgendwie nicht eingetreten. Ein großes Problem ist natürlich auch, wenn du auf einer Seite mit Fabian Rehse spielst, siehst du halt einfach relativ schnell alt aus. Ja, aber mein Gott, wir haben es auch eben gesagt, wenn John Joe Kenny mit Fabian Rehse, dann ist da Kamikaze volles Rohr nach vorne und da ist irgendwie mit Karbovnik zusammen, kommt er halt zu wenig. Das ist mir, das ist nochmal nicht falsch verstehen, das ist alles nicht schlecht, was er macht. In der Kette verhält er sich anständig, aber irgendwie erwartet man mehr bei so einer Summe, bei so einer Rolle als Rekordtransfer und deswegen, ja, für mich ein Verlierer, aber natürlich, ich würde ihn jetzt nicht auf eine Abschlussliste oder sowas setzen, da kann schon noch was draus werden und da würde ich jetzt auch eine Entwicklung erwarten in der nächsten Saison, aber das kann durchaus passieren. Luft nach oben auf jeden Fall, er war ja jetzt auch angeschlagen und fehlte auch die letzten Spiele. Schauen wir mal, wie sich das über den Sommer entwickelt, aber du hast auf jeden Fall recht, bei der Summe, die man für ihn ausgegeben hat, im Gegensatz zu all den anderen, die man verpflichtet hat, hätte da mehr kommen können. Ja, damit haben die Gewinner und die Verlierer abgehakt. Was haben wir denn noch? Versprechen für die Zukunft, oder? Ja. Ganz nach dem Motto Berliner Weg, viel junge Leute, es gibt vieles, was Mut machen kann für die Zukunft, selbst in diesem Jahr, in dieser Defensive von Hertha BSC. Ja, dann hau mal raus. Ich habe mir die Torhüterposition aufgeschrieben, nicht nur Tiag Ernst, sondern auch Robert Quasiroch, das ist so eine Kombo mit den beiden. Tiag Ernst, junger Mann, tolle Saison gespielt für sein Alter, das muss man so erstmal hinkriegen. Immer ein starker Rückhalt. Genau, immer ein starker Rückhalt, im Pokal-Achtelfinale gegen den HSV, Elfmeter gehalten und ist dann da, wenn es auf ihn angekommen hat. Ich kann mich an keinen ganz groben Schnitz erinnern, oder? Nee, gab es nicht, ne? Also so einen richtig krassen Patzer kann ich mich auch nicht daran erinnern. Er war immer ein souveräner Rückhalt. Klar, man kann dann bei dem einen oder anderen Tor mal diskutieren, ob das, ob er da hätte vielleicht dann doch auf dem anderen Bein stehen müssen oder in die Ecke oder so what. Es gibt viele Punkte, die man dann irgendwie kritteln kann. Aber so, dass man sagt, oh wow, der Treffer geht voll auf seine Kappe, da kann ich mich jetzt so spontan. Gut, bei 56 Gegentreffern kann man auch nicht mehr jedes Forum haben. Kann ich nicht alle erinnern, aber nee, da bin ich bei. Wenn Hertha an dieser Position einiges richtig machen kann, dann habe ich das Gefühl, kann Tiag Ernst echt eine Ära prägen irgendwie. Ich habe das Gefühl, der fühlt sich wohl im Verein, ist noch jung, hat jetzt schon die Spielanteile. Klar kann es immer mal passieren, dass irgendwann mal ein Bundesligist um die Ecke kommt. Aber wenn er bleiben will, dann ist das auf lange Sicht wirklich eine gute Lösung. Und Robert Quasigroch, noch zwei Jahre jünger, aus dem Nachwuchs und hat ein blitzhaures Spiel gemacht in der Hinrunde gegen Eintracht Braunschweig. Ist irgendwie ein guter Typ, so wie er rüberkommt gegenüber mir. Hat verlängert den Vertrag bis 2027. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück auf den Verlierer. Ich weiß nicht, warum es dann Marius Gersbeck noch braucht, wenn du so einen talentierten jungen Mann hast, den du wirklich ohne schlechtes Gewissen auf die Bank setzen kannst. Ich würde mir ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht für Robert Quasigroch wünschen oder dass er möglicherweise verliehen wird dieses nächstes Jahr. Er spielt jetzt viel in der Regionalliga. Klar, bei Hertha das Zweite. Aber vielleicht findet sich ein Verein in der dritten Liga, dass er noch ein bisschen mehr herangeführt wird. Und dann kann auch aus dem Jungen eine ganze Menge werden. In der U23 hat er leider nicht immer so ganz starke Leistungen gezeigt. Da waren dann bei Robert Quasigroch doch mehrere Patzer dabei. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er den Weg geht, den du gerade angesprochen hast. Ausleihe, Spielpraxis sammeln und dann irgendwann wiederkommen. Es gibt ja schließlich auch noch Tim Goller, der U19-Keeper, der auch noch dahinter steht und der jetzt auch schon ein paar Mal auf der Bank saß. Von daher ist das ja auch noch ein entwicklungsfähiges Talent. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es so jemanden wie Marius Gersbeck trotzdem braucht, eben um diesen Faktor Erfahrung mit in das Torhüterteam zu bringen. Wir wissen nicht, was im Sommer passiert. Der Vertrag von Torwarttrainer Andreas Menger läuft aus. Das heißt, man muss dann auch mal schauen, wer da so ein bisschen die Oberhand übernimmt. Und dann ist es nicht schlecht, eben so jemanden wie Gersbeck zu haben. Philipp Sprint ist auch immer mit dabei im Training oder sehr häufig mit dabei. Aber ich glaube, so dieser Faktor Routine, dieses ich habe schon ein bisschen mehr erlebt, ich kann euch auch noch mal ein bisschen an die Hand nehmen, schadet nicht. Vielleicht einmal ganz kurzer Einwurf, weil du gerade die U19 erwähnt hast, hat sich am Wochenende qualifiziert für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, hat den Staffelsieg perfekt gemacht. Berliner Weg ist auf einem guten Weg. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Da schließe ich mich an und komme zu meinem Versprechen für die Zukunft. Das passt nämlich in die U19, das ist nämlich Tim Hoffmann. Tim Hoffmann, sehr gut. Er hat sein Profidebüt gegen Gräuter Fürth gegeben, war abends vorher noch auf dem Mannschaftsabend der U23, wurde dann angerufen, weil ich glaube Linus Gechter war es, dem es nicht gut ging, ist dann nach Fürth gereist. Ganz alter Kreisliga-Weibner, abends vorher noch unterwegs gewesen und dann plötzlich, oh, musst du morgen spielen? Coach, was willst du jetzt von mir? Und dann, ja, jetzt genau, ganz schnell ein paar Stücke Wasser trinken. Genau, er ist dann nach Fürth gereist als Ersatz für die Bank und tja, dann kam es so, wie es kommen sollte. Kempf verletzte sich nach seinem Doppelpack, musste raus. Tim Hoffmann kam rein und zeigte eine wirklich, wirklich starke Leistung, wie ich fand. Sehr abgezockt, obwohl er dann doch vom Alter her noch nicht so abgezockt sein müsste. War auch mit im Trainingslager im Januar in La Manga und hat auch da gezeigt, dass er wirklich ein guter Typ auch ist. Und er hat sich auch schnell in die Mannschaft eingefunden, ist eher mal zurückhalten, aber das sind ja immer so Faktoren, die man dem... Genau, er stand noch vier weitere Male im Kader und ist ansonsten eben in der U19 und der U23 gesetzt. Also pendelt da auch so ein bisschen noch zwischen den Mannschaften und das ist für mich jemand, der in Zukunft eine Rolle spielen kann bei Hertha. Ich muss jetzt offenbaren, ich glaube, beim Spiel gegen Fürth war ich im Urlaub oder irgendwie, ich habe das kaum mitgekriegt, aber so wie Tim Hoffmann auf mich immer wirkt, da geht körperlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Das ist doch ein Aspekt, wo du natürlich daran arbeiten musst, in der Innenverteidigung, gerade in der zweiten Liga, wo dann solche Stürmerbüllen wie Haris Tabakowitsch auch nicht zulaufen, aber da ist er natürlich im Profitraining bei Hertha dann sicherlich auch gut aufgehoben. Man hätte sicherlich noch viel mehr rauspicken können. In ein paar Monaten würden wir hier wahrscheinlich stehen und sagen, Martin Dada ist der große Gewinner, weil er mit Ungarn bei der EM reüssiert oder was, weiß ich nicht, aber wir haben uns jetzt mal einfach angeschaut, wer auf uns und durch Zahlen, durch persönlichen Eindruck, durch Statistiken diejenigen waren, die so ein bisschen eben entweder in die positive oder negative Richtung ausgeschlagen ist. Dass das alles Auslegungssache ist, haben wir gesehen, auch bei uns. Ja, aber man muss auch manchmal diskutieren, das ist so schön. Auch bei euch da draußen. Ich bin sehr gespannt, wie das nächste Woche mit uns hier weitergeht, denn dann werden wir uns mit dem Mittelfeld auseinandersetzen. Um Gottes willen, das wird ja was. Und da gibt es, wie ihr da draußen ja auch alle wisst, sehr viel Diskussionspotenzial, alleine auf der Doppel 6. Ich freue mich drauf, wird wahrscheinlich eine Folge in Überlänge. Nehmt euch Zeit, nächste Woche, ja. Bevor es soweit ist, steht aber noch das Heimspiel gegen Kaiserslautern an. 13 Uhr am Samstag, ja, das letzte Heimspiel der Saison, das sollte man mit einem Fragezeichen versehen, denn man weiß ja bislang noch nicht so ganz genau, was mit dem letzten Spiel gegen Osnabrück passiert. Das Stadion in Osnabrück ist noch gesperrt, da es Probleme mit der Dachkonstruktion gab und Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten. Deshalb wird nämlich auch das Heimspiel gegen Schalke jetzt am Dienstag auf St. Pauli ausgetragen. Auch eine spannende Konstellation. Also das Ding, zweite Liga, spielverrückt. Hertha hat gesagt, man erwartet, dass der VfL Osnabrück und auch die DFL auf Hertha BSC zukommen, um darüber zu sprechen, was man macht. Paul Daday hat dann einfach schon mal alle eingeladen für das Saisonfinale und gesagt, kommt alle nach Berlin, geht ja dann sowieso wahrscheinlich. Paul Daday hat uns Journalisten ja auch letzte Woche zum Gulaschessen eingeladen, falls Hertha fünf Tore schießt. Genau, das ist immer nur mit Paul Dadays Einladung. War offensichtlich nur eine Motivation für Elversberg. Ja, er hat gesagt, wahrscheinlich geht es für beide Mannschaften dann sowieso um nichts mehr. Osnabrück kämpft. Noch gegen den Abstieg. Es könnte dann auch bald damit vorbei sein. Aber das werden wir uns alles nächste Woche noch anschauen, weil dann werden wir sicherlich wissen, wie es um dieses letzte Spiel der Saison steht. Und ja, die nächste Folge, die gibt es am 13. Mai und dann eben mit dem Saisonrückblick aufs Mittelfeld. Genau und ganz kurz noch zu Kaiserslautern. Ich habe ja hier auch letzte Woche viel von diesem Thema Sommerfußball gesprochen. Okay, Kaiserslautern steckt noch im Abstiegskampf. Die werden sich sicherlich voll reinhauen nächste Woche im Olympiastadion. Aber genießt es doch noch einmal im Olympiastadion. Es wird gutes Wetter am Wochenende und dann Hertha ein bisschen zocken sehen gegen Kaiserslautern. Ich glaube, das wird eine gute Geschichte und habe den Optimismus noch nicht verloren, trotz dieses Spiels am Wochenende. Der Kollege Heidemann ist nicht da. Der wird sich nämlich von Fabian Klos verabschieden. Ich habe andere Dinge zu tun am Samstag, ja. Jetzt kommen wir doch noch auf die dritte Liga. Dachtest du, du würdest ohne darum umkommen? Auch dort. Ich würde auch gerne einfachen Sommerfußball angucken. So ist es bei Bielefeld nun mal leider nicht. Dort wird immer noch viel gezittert. Schauen wir mal. Vielleicht erfahrt ihr es im Podcast nächste Woche, wie es mir geht nach diesem Wochenende. Noch viel Spannung drin in den ersten drei, vier Ligen. Also nicht so bedeutungslos wie bei Hertha BSC. Von daher wird uns der Gesprächsstoff hier nicht ausgehen. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat der erste Teil des Saison-Rubblicks gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.